hallo und herzlich willkommen zurück zu mars horizon wir fliegen zum saturn da wir letztes mal endlich mal diese komische oberstufe ist die kacke ist die einfach richtig scheiße ist nur einfach mal dazu sagen dass ich mal richtig für den arsch ist vor allem diese trademühle kostet auch überhaupt ultimativ viel weil was soll das schon mal 19 prozent das ist das ist richtig ungeil das ist wie lange das dann dauern wird also der interplanetar flug weil von erde bis was ist jetzt super tassetoren keine ahnung dauert doch ewig nur ein halbes jahr wieder auf warten müsste man ja so ein bisschen komische schulbus da draußen angekommen ist angem richtung der signalstärke wenn wir so schlecht hören um so dann wären wir schon mal in der nähe von dem was wir wollen wollen jetzt nicht aber bei den zusatz hätte ich dann doch gerne man wusste ich dass das irgendwas wieder dran ist aber auch wenn das funktioniert wäre der wahnsinn das funktioniert natürlich ja klar keine frage ich möchte überhaupt was dazu gesagt na dann gratulation dafür 36 monate sind drei jahre in drei ist das scheiß ding fertig ah mann bei musik steht ja niemand zum start bereit das ist der richtige ok dann doch bitte das fahrzeug und es dauert doch noch länger daraus und es dauert doch noch länger daraus und die schilder klar ist diese von brettes kopieren gerade soll von klabe betriebenen langstrecke sondern welche sonde sondern das sein das ist loskies ein kopf ski Die Baukosten sind ja nicht, dass das irgendwie mich so komplett auffrisst. So. Machen wir hier mal ein bisschen. Oh, 25%. So, modulare Raumstation. Wäre dann sprich, ja, 91% ist der Hit. Es regnet an, nee. Habe ich den Wetter-Upgrade in die Buranen reingetan? Mein Name ist Samovar, da wird hier ganz kalt. Im Regen. Sicher hast du. 16% willst du mich verarschen, nein. Ja, verschieben. What? da wo nichts passiert da kann ich es machen ja egal wunderbar der platz wird langsam echt eng da So, dann mache ich alle. Wenn ich könnte, ich den Jupiter-Vorbeifluger machen. Nein, verarschen, Alter. Minus dürfte ja noch. Ah, ne, stimmt. Minus habe ich ja schon geregelt. Versteckte Panzerbänder. Alter, das ist immer nett. Experimentelle Nutzlass. 46 Prozent, Alter. Das Ding kann ja gar nichts. Verste, werde ich wohl jede Sekunde, äh, jede Sekunde, die ich, äh, frei habe quasi. Ich brauche nichts beim Start. Im Start ist mir alle sowas zum egal. Das Ding ist zuverlässig wie Sauen. Ja. Damit es wenigstens nicht so teuer ist. Tja, Start Immobilien und Raumstation stellen. Das ist nett. Jetzt regnet es schon wieder. 20 Prozent. Nein. Da sind Leute drin, Kinders. Ja. Ja. Danke. Kackwetter da ein. Dreimal verschoben jetzt der ganze Bullshit. Ziehen funktioniert doch gut, aber nein. Gute Mission will nicht. So sieht es aus. Los geht's. 4, 3, 2, 1. RIP Headford, du schon. Yo. Ja. sehr schön oder war 80 prozent hier sehr wahnsinn oder macht sich wusste andere teil sein ich nur ein teil dieser blöden ding hast du schon ausgeladen halter 4 4 4 20 das günstigste was ich machen kann und fängt er so an was ist los mit diesem teil der raumstation blöde flieger der hölle von 40 sie verarschen fucking kidding me okay 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das denn ein Biest, alter? Klar, mit einem Ding erstmal zwei, ne? Problem, man. Easy. Easy, bro. So, best but this. Irgendwas, was. So, so. Sehr gut. Okay. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Wie viel sind wir dann davon nicht mehr weit entfernt? Drei. Da bin ich ja schon quasi da. So. 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 Das funktioniert gut. Nur eins? Das ist doch lächerlich. Ich brauche eigentlich nur... Oh, haha. Es funktioniert. Unter die Marke komme ich ja glaube ich nicht. Ach fuck. Aus der Traum. Schade. Boing. Boing. Recht? Was macht Buran da oben? Das ist komplett gestört. Zwölf Monate? Was? Zwölf Monate. Junge. Was ist los mit euch? So. Zentrum für Diplomatie ist durch. Was fehlt da jetzt noch? Das beschissene Besucherzentrum. PR-Büro braucht... Ja. Sag mir nicht, dass das eine das andere braucht. Das ist ja nämlich richtig scheiße. Ich muss das erste verbauen. Was ist Bauzeit? Sechs Monate, Alter. Was habe ich für Bauarbeiter? Das ist doch nicht gerade das beste hier. Das wird geforscht. Das ist schön. Der Vorbeiflug ist irgendwann halt. Mafka ist Ding. Ach so. Ja stimmt. Die Folge ist auch übrigens vorbei. Also Leute. Unsere Raumstation hat jetzt ein Bauteil Bär. Gucken was dann irgendwie noch dazu kommt oder so. Das finden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge raus. Macht das gut. Haut rein. Lasst uns sehr gut hin und ja. Bis zum nächsten Mal.